hey ho freunde des gaming und willkommen zurück zum let's play minecraft und zwar mit der zehnten folge so würde ich mal sagen wir fahren ein bisschen sand das wollte ich eigentlich schon letzte folge getan haben getan haben werden sollen nein so krass wird es noch nicht ich finde diese welche welche form war es noch mal ich werde getan haben sollen können ich werde es getan haben werden so müssen vielleicht ein bisschen gleich genügend sand haben fürs haus aber zumindest werde ich die häuser zumindest so beschriften dass da halt trotzdem youtuber namen draufstehen also dass er trotzdem quasi eigentlich dann youtuber wort weil ich oder halt so müssen jürger viertel wo ich da ein paar youtuber halt verewige das ist halt meine idole hat die die quasi die ich das sind youtuber die ich quasi seitdem ich eigentlich auf youtube rumhänge auf youtube gucke oder seitdem es die kanäle zumindest gibt wenn sie damals zumindest bis sie damals noch nicht gehabt aber zumindest halt die die ich halt sehr feuer die kanäle so kurz wenn wir das hier wenn das hier weg ist endlich ist so so was die die schäuze ich das ist das so dann muss man auch noch einmal weiter bauen kann man diese folge bestellen wir das haus fertig wenn ich ein holz dabei hat auch holz habe ich sogar kämme da auch da wollte ich eigentlich auch schon mal die ob letzte folge war nein leider nicht aus holzkohle geht es leider nicht aber aus normaler kohle geht und zwar acht stück braucht einer also kann einer etwas egal das reicht so ich war dabei bin kann ich quasi wieder mal alle einsetzen nein eigentlich wollte das so machen wenn man auch schon mal direkt irgendwie irgendwas gerade machen wo ich keinen plan habe was ich machen könnten bis sagen So, dann würde ich sagen, dass wir, wir können das ja mal testen. Ob das hier Funks nehmen würde. Das ist ein Eimer, ein Eimer brauchen wir nicht, aber Lohre. Ja, geht. Gut, das geht schon mal. Dann haben wir die ersten Schienen schon mal verlegt, aber ich brauche Power-Watt-Wales und ich habe kein Blasenschema. Wie ist es dann? Gut, dann kann ich hinten schon mal, warte, komm, zwölfte Glas. Zwölfte Glas, zwölfte Glas. So, dann haben wir hier hinten das Ding schon mal. Schöne Fensterfront hier rein. Zimmern. Oh nein. Das fällt ja genau, fällt genau das Glas. So, das dann hier hin. Aus welchem Material bauen wir das Dach aus Holz? Ich weiß, ich weiß es nicht, aus welchem Material das Dach dann bauen werden. Aber ich glaube, ich mache das Dach auch einmal so, dass man das derzeit aufrüsten kann. Ich weiß nämlich, hier hinten darf ich einmal eine Holzdecke rein. Aber Glas wäre auch geil. Oh, jetzt müssen wir irgendwo bauen. Ja, ich baue meine, ich baue meine Dings wieder. Meine legendären Kirchen, wenn ich wieder Kirchen baue. Ja, immer wenn ich Kirchen baue, irgendwie Minecraft, sehen die irgendwie immer alle gleich aus. So, ich habe mir nicht gemerkt, wie die Zeit ist, glaube ich, mal nochmal so vier Minuten. Ich habe mir nicht gemerkt, wie lange die Zeit ist, verdammt. Aber eigentlich kommt das gut hin. So, zwei Minuten noch, quasi. Also, dann müssen es da, sind es so die 15 Minuten, glaube ich. So. 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 so keine ahnung wie nichts darüber reden könnte so holz haben wir jetzt auch wieder ein bisschen vorrat überlegen wir hatten eine relativ viel holz stimmt gar nicht das hat das problem hatte ich aber auch bei dem anderen speicherstand da hatte ich glaube ich so viele holzprobleme dass ich die komplette insel hier hinten also fast die komplette insel hinten abgeheuzt habe ich stimmt gar nicht die komplette in die komplette in der karl hier auf der hälfte dahinten standen noch bäume aber hier hinten war nichts mehr dann bräuchte ich hier raus nochmal holz so erstmal ein zauntor bauen so dann kann ich jetzt noch glaube ich einmal dings bauen so hier rüber hier hin und hier was hin da zwei fackeln da passt keiner hin dann kommen wir hier dafür hier nochmal zwei hin da eine da eine dann passt so da würde ich auch sagen danke fürs zuschauen leute wenn ihr irgendwelche ideen habt schreibt es gerne in die kommentare ähm dann danke fürs zuschauen und ciao